Normalerweise wüsste jetzt der Alex sagen, aber er hat es wahrscheinlich vergessen, stelle euch jetzt anstelle von mir eine hübsche, heiße Plotine vor. Na gut, du musst dazu sagen, dass die Plotinen nicht singt, sondern was spielt. Werden wir euch kennen Subways? Okay, vielleicht kennt ihr auch dieses Lied. Okay, vielleicht kennt ihr auch dieses Lied. Okay, vielleicht ist es gut. Okay, this is him. You are the best side. You are the only one. You are so pure. You are so rock and roll. Musik 1, 2, 3, 4 Ich bin hier in der Mitte, ne? Seht ihr alles? Wir machen hier einen, wir müssen jetzt nicht von einem Platz rennen, sondern wir machen hier einen Durchbruch. Also es gibt die von euch Linke und die von euch Rechtsseite. Ich würde sagen, die von euch Linke Seite hat eine zweite Vorteile, weil hier wesentlich mehr Leute stehen. Deswegen müsst ihr Rechtsseite wesentlich lauter sagen. Wir testen jetzt, wer von euch lautet? Ganz ruhig. Und fangt ganz langsam. Zählt auf 3 und fangt die Rechtsseite. Also von euch aus zu sehen. Bleibt ganz ruhig. Aber ich versuche jetzt. 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 2, 3! 2, 3! 2, 3! 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 2, 3! 2, 3! 3, 3! 3, 2, 3! 2, 3! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.